Briefwahl Was ist denn ein Briefwahl? Ein Wal, der Post bringt? Ach, Briefwahl. Das mit dem H. Also kein Tier. Gut. Habe ich schon mal gehört. Du sicher auch. Habe ich aber noch nie gemacht. Du etwa? Nö? Gut. Dann bin ich nicht allein. Also wie funktioniert das denn? Und wieso braucht man das? Und wann? Zum Beispiel für die Landtagswahlen. Die sind am 20. Januar 2013 und du musst da hingehen und wählen. Die Briefwahl ist dafür gedacht, wenn du nicht zum Wahllokal kannst. Der Grund ist dabei ganz egal, ob Oma nun Geburtstag hat, du im Urlaub bist oder sonntags einfach keinen Bock hast rauszugehen. Wenn du per Briefwahl wählen willst, kannst du das nämlich schon vor dem eigentlichen Wahltag tun. Dafür kannst du auf deiner Wahlbenachrichtigung ankreuzen, dass du gerne per Briefwahl wählen willst. Das Ganze bringst du dann entweder bei deinem Rathaus vorbei oder schickst es hin. In vielen Städten ist es so, dass du außerdem bereits dann schon deine Stimme in einem Wahlbüro abgeben kannst. Wenn du dir die Unterlagen schicken lässt, musst du zusätzlich daran denken, alles wieder richtig zu verpacken. Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag. Stimmzettelumschlag und unterschriebene Erklärung in den anderen Umschlag. So einfach war das. Dann steckst du das Ganze noch in einen Postkasten und achtest darauf, dass es vor dem Tag der Landtagswahl ankommt. So einfach ist Briefwahl. Ok, so einfach war es richtig. Vielen Dank.